Der US-Digitalkonzern Meta verstößt möglicherweise gegen europäisches Wettbewerbsrecht. Das geht aus einer vorläufigen Einschätzung der EU-Kommission hervor. Konkret geht es um die Abo-Modelle, die das Unternehmen auf seinen Plattformen Facebook und Instagram eingeführt hatte. Die Nutzer müssen sich zwischen zwei Varianten entscheiden. Entweder sie zahlen eine monatliche Gebühr und können dafür die Plattform werbefrei nutzen, oder sie teilen ihre Daten und bekommen dann personalisierte Werbung angezeigt. Es fehle aber die Möglichkeit, die Datennutzung abzulehnen und die Plattform weniger personalisiert weiterzunutzen, schrieb die EU-Kommission. Meta kann nun Stellung zu den Vorwürfen nehmen. Bis März 2025 trifft die EU-Kommission dann eine endgültige Entscheidung. Verstößt Meta dann immer noch gegen EU-Regeln, kann die EU-Kommission Strafzahlungen in Höhe von 10 Prozent des Jahresumsatzes verhängen. Dieser betrug im vergangenen Jahr 125 Milliarden Euro. mudarbundet der EU-Kommission Strafzig und die EU-Kommission in Höhe von 10 Prozent des Jahresumsatzes verhängen. Vielen Dank.